Als die Erde noch jung war, da wurden die Indianer erschaffen. Sie ernährten sich von den wilden Tieren, die sie jagten, und von Kräutern, Beeren und Pilzen, die die Frauen sammelten. Eines Tages sind die Männer auf der Jagd und die Frauen sammeln Pilze, Beeren und Kräuter. Da steht eine alte Frau vor einem Lager. Geh fort, rufen die alten Männer, die um das Feuer hocken. Hier gibt es nichts für dich. Sie geht, ohne etwas zu sagen. Aber auch im zweiten und im dritten Lager will man sie nicht haben. Schließlich kommt sie zum Alligator-Stamm. Dort stehen keine, da stehen nur einfache Hütten. Da sind keine wertvollen Fälle und Kriegsauszeichnungen zu sehen. Wieder bittet die alte Frau um einen Platz am Feuer, um und um etwas zum Essen und zum Trinken. Schon winkt man sie heran. Ja, setz dich zu uns und iss mit uns. Du musst einen langen Weg hinter dir haben. Du siehst so verhungert aus und deine Kleidung ist so zerlummt. Die alte Frau setzt sich zu ihnen ans Feuer und bekommt etwas zum Essen und zum Trinken. Am nächsten Morgen gehen die Männer wieder auf die Jagd und die Frauen sammeln Beeren, Pilze und Kräuter. Die alte Frau bleibt im Lager. Niemand kennt sie, aber alle vertrauen ihr. Sie achtet auf die Kinder und hütet das Feuer. Als zur Mittagszeit die Männer und Frauen zurückkehren, da rufen die Kinder, wir haben schon gegessen. Die alte Frau hat uns einen Brei gekocht, der schmeckt besser als Pilze, Beeren und Kräuter. Da sagt der Medizinmann, hebt mir etwas auf. Ich möchte morgen auch den Brei probieren. Am nächsten Morgen füllt ein Mädchen ein kleines Schälchen mit dem Brei und als dann zur Mittagszeit der Medizinmann kommt, probiert er den Teig. Der ist ja lecker. Aber es gelingt ihm nicht herauszufinden, woher die alte Frau die Zutaten für den Brei genommen hat. Eines Tages ist die alte Frau verschwunden. Niemand weiß, wohin sie gegangen ist. Ein kleiner Junge nur denkt immer wieder an die alte Frau und an den leckeren Brei. Als er dann eines Tages herangewachsen und zum Krieger ausgebildet ist, macht er sich auf den Weg, um die alte Frau zu suchen. Lange wandert er über Berge und durch Täler, wartet durch Flüsse und Sümpfe, aber er findet sie nicht. Eines Abends sitzt er vor seinem Feuer und schläft ein. So müde ist er. Plötzlich wird er durch ein Geräusch geweckt. Er schaut hoch und sieht hinter den Flammen im Halbdunkel eine Gestalt. Eine Gestalt mit langem Haar. Der Krieger fürchtet sich ein wenig. Wer mag das sein? Ist das eine Zaubergestalt? Erst als die Figur näher an das Feuer kommt, erkennt er sie. Es ist die alte Frau, die er so gesucht hatte. Und er freut sich. Komm, setz dich zu mir. Und morgen gehen wir in mein Lager zurück. Die alte Frau schüttelt den Kopf. Ich kann nicht wieder mit dir gehen. Wenn du aber alles tust, was ich dir sage, dann wirst du mich nie vergessen. Sie führt den Krieger auf eine Ebene am Flussufer. Dort liegt das Gras vom Vorjahre, bleich und trocken. Da sagt sie, nun zünde das Gras an und verbrenne es. Das tut der Krieger. Schon züngeln die Flammen über die Ebene. Es knistert und knackt. Funken fliegen in die Höhe. Und schließlich ist aus dem trockenen Gras graue Asche geworden. Da spricht die alte Frau, nun nimm mich an den Armen und zieh mich über die Ebene. Du wirst sehen, ein neues Gras wird wachsen. Wenn es deine Größe erreicht hat, schau zu den schmalen grünen Blättern. Siehst du dort mein braunes Haar? Dann ist der Samen reif. Ernte ihn, denn daraus kannst du den Brei kochen, den du so gern gegessen hast. Der Krieger packt die Frau an den Armen und zieht sie hin und her und hin und her, bis kein Flecken der weiten Ebene mehr unberührt ist. Kaum ist er damit fertig, da ist die alte Frau verschwunden. Langsam geht er zu seinem Lager, legt sich ans Feuer und schläft ein. Als er am nächsten Morgen erwacht, ist schon heller Tag. Er schaut sich um und erschrickt. Da stehen Pflanzen, die sind so hoch, dass er nicht hinüberschauen kann. Er tritt näher heran und dann sieht er zwischen den schmalen grünen Blättern Das braune Haar der alten Frau, der Maismutter. Seitdem tragen die Maiskolben, wenn sie reif sind, einen braunen Haarschopf. Dann wissen die Indianer, dass die alte Frau sie nicht vergessen hat. Und du, und du weißt es nun auch. Und du, und du weißt es nun auch.